Okay, wir haben jetzt Lara. Ich habe vergessen, wie alt dein Pferd ist. Neun, genau. Der ist schon ein klein bisschen gelöst, aber wir schauen erst mal, was er so zu der Umgebung sagt. Setz dich mal ein bisschen gerader hin, fangen wir mal gleich mit dem Sitz an, ein bisschen mehr Körperspannung und ruhig ein bisschen länger lassen, die Zügel länger lassen und trotzdem sitzt du gerade und locker. Ja, gut. Nicht zu viel mitbewegen in der Mittelpositur, so, gut. Und dann fleißig, etwas fleißiger, so, gut. Und jetzt ist der Takt in Ordnung, fast, fast ganz in Ordnung. Das Pferd hat einen sehr guten, großen Schritt und das nicht einschränken wollen. So, erst mal am langen Zügel mal durch die Bahn wechseln. Jetzt fällst du wieder vorne über. Schön den Bauchnabel rausdrücken, nicht den Bauch einziehen, auch wenn da kein Bauch ist. Aber ein bisschen rausdrücken. Und auch im Schritt ein bisschen die Körperspannung behalten und nicht allzu deutlich mitschieben. Das Becken bleibt natürlich beweglich, aber in der Mittelpositur etwas mehr Körperspannung. So, und jetzt ist der Schritt in Ordnung. Nochmal fleißig. Gut. So, genau. Wenn er aus der Schulter auch ausschreiten kann, dann ist der Takt in Ordnung. Sehr großer Schritt, nur wenn er so kurz tritt vorne und hinten weiterschiebt, dann ist der Takt nicht mehr in Ordnung. Jetzt nimmst du mal die Zügel auf, aber nur eine kurze Zeit. Einmal ein bisschen durchstellen, dann trafst du mal an. Gut. Gut, Körperspannung behalten. So, ja, ist immer noch in Ordnung. Gut. Gut. Ja, war der Takt auch wieder in Ordnung. Ja, prima. Großes Pferd, kleine Arena. Genau, muss man sich schneller durch die Ecken bewegen. Das ist gut so. Ja. Sauber die Ecken reiten. Ein klein bisschen mehr Biegung. Und dann ein bisschen in der Wendung, in den Ecken den Bauch nach außen drücken, sodass wir so ein bisschen Rippenbiegung bekommen. Ja, gut. Das ist besser. Ja, und achte drauf, immer wenn du aus der Ecke kommst, ist er links gestellt. Ja, achte drauf auf der rechten Hand, dass du das Pferd rechts gestellt hast. Das heißt, der äußere Zügel führt, aber der innere gibt ein bisschen Stellung und das innere Bein, der innere Schenkel gibt die Biegung. Dann mal Handwechsel. Wieder rechtes Bein, ein bisschen rechts stellen. So, gut. Ja, und schon fängt er auch an zu kauen. Genau, das war besser. Gut. Ja, jetzt den inneren Zügel klein bisschen nachfassen. Genau. Gut, so. Ja, gut. Da biegt er sich etwas besser, ganz von alleine. Der Takt ist in Ordnung. Könnte noch so ein bisschen mehr loslassen in der Oberlinie, im Genick. Aber das kommt gleich. So, genau. Das ist schon besser. Es geht schnell wieder um die Kurve. Gut, so. Machst noch einmal gleich Handwechsel. Ja. Dann noch einmal auf der rechten Hand. Und jetzt schon an die Rechtswendung denken. Den rechten Zügel klein bisschen nachfassen. Den inneren Zügel immer ein bisschen nachfassen. Den neuen inneren Zügel. So. Genau, gut. Sehr gut. Dann machst du gleich mal ein bisschen Galopp. Das ist mir immer sehr wichtig bei allen meinen Schülern, allen Pferden, dass auch schon in der Lösungsphase korrekt geritten wird. Dass die Pferde korrekt auch in der Lösungsphase gehen und nicht einfach lang und tief irgendwie durch die Bahn laufen oder durchs Viereck laufen. Ein bisschen größer galoppieren. Erst ein bisschen. Genau. Aber dass wir wirklich darauf achten, dass die Pferde erstmal im Takt gehen. Dass sie losgelassen gehen, dass sie auch ein gutes Tempo wählt immer für die Lösungsphase. Weil manche reiten einfach nur schnell und vorwärts, vorwärts und das Pferd findet keinen Takt. Oder manche lassen sie einfach nur die Pferde da lang latschen und die fallen dann so im Prinzip von einem Bein aufs andere. Das ist auch nicht zielführend. So löst sich das Pferd nicht, sondern es soll schon aktiv aus der Hinterhand und sich dann über den Rücken dehnen. Genau. Das ist gut. Lass ihn mal ein bisschen länger nochmal und ein klein bisschen mehr vorwärts galoppieren. So. So. Das. Genau. Dann mal überstreichen. Prima. Sehr gut. Und dann nochmal irgendwo ein Übergang zum T-Rab und Handwechsel. Jetzt im Galopp hast du schön die Biegung da, schön die Wendung jetzt. Gut. Ja, gut. Ja, gut. Prima. Und wieder erst ein bisschen größer galoppieren wollen. Genau. Sehr gut. Gut. Das ist alles sehr solide und sehr korrekt. Ja, nochmal. Genau. An der langen Seite ein bisschen die Galoppsprünge verlängern, vergrößern. Ein bisschen Schwung holen. Gelegentlich mal überstreichen oder auch mit, genau, mit dem inneren Zügel mal. So. Genau. Gut. Und ein bisschen mehr treiben. Könnte noch ein klein bisschen fleißiger sein hinten. Und sitzen bleiben. Gut. Prima. Ja, richtig. Genau. Da außen ein bisschen das äußere Hinterbein aktivieren. Prima. Und wieder T-Rab. Ja, nochmal. Nochmal angaloppieren. Das machen wir nochmal. Auch diese Übergänge. Das ist wichtig, dass diese Übergänge korrekt geritten werden, dass die Pferde das gut machen. Nur dann ist es auch weiterführend in dem Training, in der weiteren Arbeit, wenn er einfach nur so wie eben, genau, bremst und auf der Vorhand so stoppt, macht er ja in dem Moment einmal den Rücken fest und arbeitet nicht weiter in der Hinterhand. Mach das ruhig noch einmal, Lara, bitte, dass wir es nochmal erklären. Ja, da guckt er ein bisschen, macht nichts. Nochmal vorwärts, klein bisschen Schwung holen. Gut. Ja, und dann richte dich auf. Gut. Inneres Bein, äußerer Zügel und Übergang. Sitzen bleiben, ja, so und fleißig, genau. So war das sauber, ne, da darf keine Taktunreinheit sein, das Pferd muss gleichbleibend in der Anlehnung bleiben und sich im Genick dann tragen, ein bisschen aufrichten und das bei der Hinterhand ein wenig da heranschließen. Gut. Und auch aussitzen und dann auch nochmal den Übergang zum Schritt, wirklich guten Übergang reiten. Ja, Oberkörper zurück. Gut. Hinterbein ranschließen. Ja, ja, genau. Ja, ja, brav. Ja, gut. Nicht zu viel mit der Gärte. Du hast ja schön lange Beine. Den einzurahmen. Ja, gut. Und hinsetzen und Übergang so. Und wieder rauslassen. Prima, sehr gut. Gut. Klein bisschen fleißiger und denk an die Körpersprache. Ja, genau. Gedacht und getan. So muss das sein, nicht? Das ist wichtig, dass egal welches Alter das Pferd hat, aber dass die Lösungsphase wirklich konstruktiv ist für das Pferd. Dass es sich einerseits löst, das heißt loslässt, dass es aktiv arbeitet, dass der Rücken zum Arbeiten kommt, dass man was in der Hand hat, dass man da was spürt, dass die Anlehnung aus dem Schub der Hinterhand vorne in der Hand am Gebiss ankommt. Und das Pferd dann auch beginnt zufrieden zu kauen. Da sind wir noch nicht ganz dran, aber fast. Das heißt, er muss hinten dann noch ein bisschen mehr tun. Aber das Pferd war schön im Genick die ganze Zeit. Ja, genau. Guter Schritt jetzt. Prima. Sehr gut. Aber das ist natürlich auch bei so einem großen Pferd, ein bisschen eng hier, der braucht dann schon auch mal eine größere Linie und einen größeren Zirkel, dass man ihn dann ein bisschen mehr fordern kann, ein bisschen mehr aktivieren kann. Aber diese Sachen sollten zumindest auch diese Übergänge, Galopp, Trapp, Trappschritt, nicht einfach Zügel hinschmeißen und dann fällt er auseinander und brav. Weil die Pferde merken sich das und die machen das dann eigentlich immer. Die stoppen dann schon vorher, weil die wissen ja, wann es kommt. Und dann stoppen die meistens vorher schon so ein bisschen ab, weil es ist ja bequemer, einfach mal aufzuhören, anstatt einen korrekten Übergang zu gehen, indem man mit der Hinterhand weiterarbeitet und so auch schon mal so ein klein bisschen die Tragkraft fördert. Okay, gut, so. Dann nimmst du die Zügel wieder auf, dann machen wir erst ein klein bisschen Galopparbeit und mal Außengalopp, Körperspannung, Fleiß, gut. So, genau, gut. Ja, nochmal dich hinsetzen, richte dich auf, so, gut. Ja, das ist auch gar kein Taktproblem mehr. Gut. So ein bisschen deine Hände über dem Widerriss zum Tragen bringen, dass die Hände tragen, etwas mehr deine Schultern zurücknehmen. Und das Pferd von hinten zur Hand, zur getragenen Hand heranschließen. Gut. Ja, gut. Noch einmal ein bisschen zulegen an der nächsten langen Seite. Ja, bergauf reiten, auch mit dem Sitz. Komm. Ja, gut. Jetzt mal so eine kleine Diagonale und Außengalopp. Du musst ihn jetzt so ein bisschen mehr aufnehmen und richte dich auf. Ja. Ja, genau. Gut. Gut. Und im Galopp aktiv reiten. Gut. Ja, prima. Ja, gar nicht schlecht für das große Pferd. Gut. So ein bisschen mit dem rechten Zügel wenden. Gut. Hinsetzen. Hinsetzen. Jawohl. Jawohl. Ja, gut. Gut. Prima. Sehr gut. Jetzt reizt noch einmal irgendwo einen Übergang zum Trab. Und vorwärts. Ja, der muss vor der treibenden Hilfe bleiben. Richtig. Richte dich auf. Gut. Jawohl. Dann wieder zum Schritt durchparieren. Und dann galoppierst du links an. Ja, halt ihn geschlossen. Halt ihn vor dir. Vor der treibenden Hilfe. Richtig. Richtig. Ja. Ja. Richtig. Genau. So. Lass die Hände über dem Widerriss da und sitzen. So. Gut. Gut. Genau. Richtig. Sehr gut. Dann galoppierst du links an. Genau. Sehr gut. Das hat sie genau richtig gemacht. Nämlich dann erst durchpariert, wenn sie das Pferd wirklich reell vor dem Bein hatte. Und vor der treibenden Hilfe. Und nicht dann, wo das Pferd das möchte, sondern das muss man fühlen und herausfühlen, wann ist der richtige Moment. Und das erarbeiten. Jedes Mal wieder, dass das ein guter Übergang wird. Gut. Ja, gut. Jetzt wieder durch die kleine Diagonale. Machen wir das Gleiche auf der anderen Hand. Ja, gut. So, richtig. Ein bisschen mit dem linken Zügel dann wenden. Das Pferd an den linken Zügel herantreiben. Ja. Am linken. Ja, gut. Gut so, Lara. Jawohl. Gutes Tempo. Gutes Tempo gewählt, dass das Pferd nicht aus dem Gleichgewicht kommt in der engen Wendung. Upsi. Den hat er vorher noch nicht gesehen. Ja, gut. Galopp. Galopp. Rad nochmal weiter. Klein bisschen nach vorne. Ja, und dann gehst du wieder durch die Bahn wechseln und nochmal ein bisschen zulegen und dabei überstreichen. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Jawohl. Gut. Gut. Prima. Ja, richtig. Sehr gut. Ja, ist noch nicht Pause. Auch wenn es warm ist, ist es noch ungewohnt für die Pferde. Jawohl. Immer bergauf reiten. Kannst du nochmal ein bisschen nachfassen. Ja, gut. Jetzt machen wir nochmal den Außengalopp. Ja. Ja, nochmal aus dem Zirkel wechseln. Ein bisschen so ein S retten. Ja, auch wenn das eng ist. Aber, und setz dich hin. Ja. Beim nächsten Mal weiß er. Gut. So, schwer sitzen. Ein bisschen mehr hinsetzen. So, du willst die Hinterhand tiefer bekommen. Ja. So, richtig. Richtig. Gut, so. Jetzt machst du an der nächsten langen Seite einen einfachen Wechsel. Dann einen Schritt am Hund vorbeigehen. Ja. Ja. Parade. Gut. Guter Übergang. Gut. Gut. Ein bisschen rechts stellen. Sehr gut. Prima, Lara. Ja. Ja, nochmal durch die Bahn wechseln oder wieder so ein kleines S reiten. Kleine gebogene Linie. Ja, gut. Der wird immer besser jetzt im Galopp. Ja. Hinsetzen. Gut. Gut. Und an der nächsten langen Seite auch wieder einfacher Galoppwechsel. Wechsel. Genau so schön gesetzt. Ja. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Treiben. Ja. Genick bleibt oben. Ja. Ja. Genau. Genau. Gut. Jawohl. Am rechten Zügel. Gut. Sehr gut. Ganz sauber. Sehr gut. Gut. Nochmal ein bisschen zulegen. Dann probieren wir mal einen fliegenden Wechsel gleich. Aufnehmen. Sitzen. Ja. Nochmal. Da kam er dir ein bisschen zu doll zurück, dass er auch da vor dir bleibt in dem Übergang. An die Hand ran treiben, noch mehr treiben, noch mehr treiben und die Hand öffnen. So. Genau. Jetzt gehst du mal kleine Diagonale und probier mal einen fliegenden Wechsel. Am linken Zügel. Ja. Gut. Gut. Sehr schön. Braucht man nicht probieren, kann er ja. Sehr gut. Einmal auf den Zirkel geritten. Ja. Ja. Die Rechtsbiegel. Ja. Bleib sitzen. Sitzen. Sitz wieder loslassen. Nicht zu lange festhalten. Einmal rechts stellen. Das ist richtig. Nochmal. Auf den Zirkel. Gut. Und treiben dabei. Gut. Und wieder die Hand öffnen dann. Genau. Richtig. Da ist er sehr schön durchlässig. Gut, Lara. Und Fleiß. Ja. Und nochmal Diagonale und fliegender Wechsel. Richte dich auf. Ja. Ja. Genau. Gut. Am rechten Zügel. Bisschen aufnehmen. Gut. Gut. Prima. Ja. Ganz sicher. Sehr gut. Einmal die Zügel aus der Hand kauen lassen. Gut. Ja, prima. Sehr gut. Okay. Dann gönnen wir ihm mal eine kleine Pause bei der Wärme. Gut. Auch der Übergang gut. Prima. Einmal kurz Schritt und dann machen wir noch kurz Trapparbeit. Gut gemacht. Das Pferd hat einen sehr guten, soliden Galopp. Schöne Bergaufgaloppade. Und ich arbeite oder lasse auch viel Außengalopp arbeiten. Ich erkläre auch gleich, warum. Es ist sehr wichtig für die Pferde, sich auszubalancieren oder zu lernen, sich auszubalancieren. Sehr wichtig fürs Gleichgewicht, um die Tragkraft zu verbessern, um die Selbsthaltung zu verbessern und auch, um, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr zum Treiben zu kommen. Und früher gab es in den Aufgaben viel mehr Außengalopp. Das wurde viel mehr abverlangt. Auch mit Schlangenlinien oder mit halben Wolken, links, rechts, Außengalopp, fliegende Wechsel. Das wurde viel mehr. Das ist ein Freund. Das wurde viel mehr verlangt in den Aufgaben und dann logischerweise auch geübt und trainiert. Heute ist es ja so, weil alles viel schneller gehen muss und die Aufgaben immer mehr verkürzt werden, dass man mal einen halben Zirkel hat oder mal auch einfach nur noch eine Ecke im Außengalopp. Und viele, naja, irgendwie kommt man da ja rum und dann kann man sich einen Trab fallen lassen oder dann kommt irgendwie ein fliegender Wechsel. Aber es wird einfach zu wenig, auch in der Ausbildung meiner Ansicht nach, geritten. Und bei den Spitzenreitern ist es so, dass auch mit den, ich sag mal, erwachsenen Pferden, auch mit Grand Prix Pferden, es kommt täglich einmal Außengalopp vor, um das einmal zu überprüfen, wie ist das Pferd im Gleichgewicht, wie ist er an beiden Schenkeln, wie ist er an beiden Zügeln. Und dafür brauche ich den Außengalopp. Und gerade mit jüngeren Pferden und mit diesem Pferd, der in der Ausbildung ist, um noch mehr in die Versammlung zu kommen, um die Tragkraft zu entwickeln, ist das sehr wichtig, den Außengalopp zu arbeiten. Und man konnte jetzt sehen, wie er eigentlich von Runde zu Runde sich mehr von hinten herangeschlossen hat und die Sprunggelenke mehr zum Arbeiten kamen, sich mehr gebeugt haben. Und das Pferd, ohne dass sie was mit der Hand gemacht hat, dass das Pferd immer besser in der Selbsthaltung und in seiner natürlichen Aufrichtung wurde. Und dafür ist eben Außengalopp, muss man nicht Kilometer davon reiten, aber doch viel und häufig und auch sich selber überprüft, ob man richtig sitzt, ob man nicht auf der falschen Seite sitzt und nicht falsch belastet, sondern wirklich, ob das Pferd ins Gleichgewicht kommt. Und man wird sehen, dass auch bei vielen Pferden, die unterschiedlich galoppieren auf der rechten oder linken Hand, dass das viel gleichmäßiger wird, weil sie eben lernen, sich auszubalancieren. Okay, dann machen wir nochmal einen Trab. Körperspannung. Jetzt wird er wach. Alles gut? Ja, Ellbogen am Körper. So, gut. Ein bisschen kleine Parade, ein bisschen schließen. So, genau. Gut. Gut. Nicht klemmen im Unterschenkel. Streck dich ein bisschen mehr. Körperspannung behalten. So, genau. Gut. Und den Takt reiten. Jawohl. Ja, gut. Warte nochmal aus dem Zirkel wechseln. Eine gebogene Linie. Ja, genau. Und sonst gehst du da nochmal rum. Jetzt kommen die Schatten von den Scheinwerfern. Nicht zu tief im Genick. Halt ihn so ein bisschen da oben durchs Genick. Ja, stell ihn rechts. Stell ihn rechts. Brav. Brav. Ist gut. So, ist brav. Gut. Nochmal. Nochmal auf dem Zirkel. Und dann parierst du vorher durch und reizt in Ruhe da im Schritt vorbei. Sitzen bleiben. Durchparieren. Rechts stellen. So. Beschäftigen. Genau. So ist brav. Ja, gut. Okay. Wieder antraben. So ist gut. Ja, prima. Ja. Wenn du merkst, dass Spannung aufkommt, nicht schneller reiten, sondern ein bisschen aufnehmen. Setz dich hin. Setz dich hin. Setz dich hin. So. Genau. Und dann mal Handwechsel. Gut. Ja, gut. Gut. Bisschen mehr ranschließen von hinten. Jawohl. Gut. So, der Takt. Das ist schön. Jawohl. Gut. So, jetzt kommst du auch besser zum Sitzen. Gut. Rats mal Schulter herein an der nächsten langen Seite. Ein bisschen aufnehmen. Oberkörper zurück. Gut. Gut. Nicht zu viel seitwärts. So. Gut. Genau. Das ist brav. Ja, gut. Noch einmal. Oberkörper zurück. So am rechten Zügel behalten. So. Gut. Das ist dein Schulter herein. Jawohl. Gut. Ja, nochmal Handwechsel. Machen wir das erst nochmal auf der rechten Hand, das Schulter herein. Versuch den Trab gleichmäßig zu halten. Du hast immer mal ein paar Dritte größer, mal kleiner oder mal schneller, mal langsamer. Wieder ein bisschen nachfassen die Zügel, die Hände tragen vor dir, rechts stellen. Ja, gut. Gut. Ja, gut. 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 Ja, gut. Oberkörper zurücklassen. Ja, gut. Ja, gut. Ja, die Schulter vor. Richte dich auf. Richte dich, du bist immer ein bisschen vor dem Pferd. Gut. So, gut. Ja, prima. Gut. Gut. Und wieder Schulter herein, links. Und das gleiche nochmal. Versuch so ein bisschen, sowas wie eine Mittellinie zu treffen. Gut. Gut. Ja, gut. Wie aufgeregt er ist, dass er doch schon jetzt dauernd äppelt. Und am rechten Zügel. So. Gut. Richte dich auf wieder. Gut. Ja, inneres Bein, linke Bein. Gut. 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 Ja, gut. Prima. Gut gemacht. Du hast gut drauf geachtet, dass er im Gleichmaß bleibt. Ganz wichtig. Und nicht irgendwelche großen Tritte verlangt. Machen wir nochmal. Nochmal nach rechts. So, jetzt lässt er auch schön sitzen. Fängt er auch ein bisschen mehr an zu schwingen. Oberkörper zurücklassen. Das rechte Bein bleibt auch dran. Genau. Da hinschauen. Die Schulter vor. Gut. Gut. Genau. Richtig. Gut. Gut, Lara. Das ist prima. Sehr gut. Ja, dann einmal ein bisschen zulegen. Ja, an der langen Seite. Gut. Im Takt. Jawohl. Wieder einfangen. Ja, gut. So ist das gut. Nur die Dritte verlängern. Noch einmal. Bleib am Maul dran. So. So. So, dass du noch sitzen kannst. Und jetzt ein bisschen rantreiben. Gut. Prima. Sehr gut. Noch einmal durch die Bahn wechseln. Hauptsache der Takt bleibt. Und dass er sich nicht festhält. Gut. So. Ja, richtig. Da kannst du ihn ein bisschen auffordern. Noch einmal an der langen Seite. Und dann leicht traben. Und die Zügel aus der Hand kauen lassen. Erst noch mal ein bisschen Schwung holen. Gut. Jawohl. Ja, macht nichts. Macht nichts. Gut. Jetzt wird er ein bisschen müde. Noch mal. Aufnehmen einmal. So. Ruhig. Genau. Ja. Gut. Bis zum Hund hat er durchgehalten. Noch mal ein bisschen rechts stellen dabei. Geh nicht ganz so nah an die Bande. So. So. So behalten. Jetzt kürzt er aber jedes Mal ab. Ne? Das müssen wir nochmal durchhalten. Einmal rechtes Bein. Komm. Ja. Reit mal vorwärts. Einmal im Galopp. Ja, komm. Das schaffst du noch. Und wieder T-Rab. Rechtes Bein. Rechtes Bein. Bis er trabt. Ganz egal. So. Richtig. Bis er trabt. Ja, ja. Ja, ja. So. Richtig. Gut. Rechtes Bein. Nochmal. Ja. Nicht so klemmen mit dem Bein. Gib ihm sonst mal einmal so einen kleinen. Genau. So. So einen kleinen Impuls da mal. Mit dem lockeren Bein. Gut. 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 Jawohl. Aha. Und noch einmal. Und dann leicht traben, wenn er nicht angaloppiert. Nochmal. Rechtes Bein. So. Der rechte Bauch. Gut. In die Ecke. Gut. Also. So. Brav. Okay. Und dann leicht traben. Zügel aus der Hand kauen lassen. Gut. Ja. Jetzt ist er in Gang. Nochmal. Rechtes Bein. Komm. Ja. Ja. Also. So. Richtig. Jetzt reagiert er auch da in der Wendung. Sehr gut. Brav. Ja, ja. Auch nicht schlimm. Und. Sehr gut. Prima, Lara. Gut. Dann entlassen wir euch für heute. Hast du gut gemacht. Habt ihr gut demonstriert. Okay, Lea. Hast du schon ein bisschen abgetraubt? Bisschen. Ja. Okay. Da ist noch eine runde Schritt. So. Dass er ein bisschen gelassener wird erst. Der ist wie alt? 15. Genau. So war das. Habe ich doch schon wieder vergessen. Ja. Gut. So, genau. Richte dich ein bisschen mehr auf. Auch im Schritt. Genau. Gut. Prima. Einmal Handwechsel. So ist das. Brav. Gut. 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 Ich finde auch immer wichtig, dass wenn Pferde in eine neue Umgebung kommen oder veränderte Umgebung, dass man den Pferden erst immer mal Zeit gibt, sich alles anzuschauen. Nicht gleich im Stechtrab hereinkommen und irgendwas verlangen, sondern dass auch Pferde erst mal sich mit der Umgebung vertraut machen müssen. Das ist zwar ein erfahrenes Pferd, der auch alles kennt und natürlich auch diese Anlage kennt, aber trotzdem ist das hier jetzt verändert im Vergleich zu sonst und es ist eigentlich immer wichtig, es geht eigentlich in der Regel immer schneller, dass Pferde sich dann mit der Arbeit oder an die Arbeit begeben und sich konzentrieren, als wenn man den ersten Mal einen Moment Zeit gibt, sich alles anzuschauen und auch mal irgendwo mal, wenn ein Pferd Angst hat, mal stehen bleibt, ihm das zeigt, genau. So wie eben auch mit dem Applaus, dass man dann das auch nicht unbedingt unterbindet, sondern dass man sagt, okay, wir zeigen es ihm nochmal, es passiert ja nichts. Und dann ist das meistens auch schon mal geklärt. Okay, dann nimmst du mal die Zügel auf und trabst an, jetzt gleich einmal leicht traben noch ein bisschen und dann brauchen wir das ja nicht so lange machen, gut. Ja, gut. So, ein bisschen weich mit der Hand. Lass mal die Kandare so ein klein bisschen länger. So, genau, gut. Ja, gut. Dann gehst du einmal auf den Zirkel. Nicht versuchen, ihn so rechts, links runterzuziehen, sondern so, dass er sich, ja, über die Bewegung löst und den Hals fallen lässt. Ja, jawohl, genau, gut. Nochmal ganze Bahn. Dann von der anderen Seite mal Handwechsel. So, genau. Immer schön beim Aufstehen einen kleinen Impuls geben mit den, nee, beim Hinsetzen, andersrum. Beim Hinsetzen einen kleinen Impuls geben mit den Unterschenkeln. So, dass er ein bisschen mehr nach vorne durchschiebt, aber die Hände bleiben ruhig und ein bisschen weniger Kandare. So, genau, das ist ja schön gleichmäßig durch Fuß, lass die Hände einfach da, genau. Dass du dich ausbalancierst, du musst nicht den irgendwie runterziehen wollen, den Kopf runterziehen wollen, das kommt. Und ein bisschen treiben, immer beim Hinsetzen so einen kleinen Impuls geben. Gut. Jawohl, gut. Ja, jetzt fängt er auch schon an zu kauen. Mach es dann noch zwei, dreimal jetzt hintereinander. Handwechsel. Immer wieder die kleine Diagonale. Gut. Ja, richtig. Wieder ein bisschen nach vorne. Gut. Ja, inneres Bein, bisschen den Bauch nach außen drücken und wieder Handwechsel. Nicht zu doll am inneren Zügel ziehen, ja. Nicht so den Hals verdreht und wieder treiben, ein bisschen mehr nach vorne. Rechtes Bein jetzt, rechtes Bein. Die Hand bleibt da, nicht die Hand über den Widerriss. So, und wieder Handwechsel. Wieder nach vorne. So, genau. Genau. Und wieder linkes Bein. Am äußeren Zügel dranbleiben. So, gut. Und wieder Handwechsel. Ja, besser jetzt. Gut, dann hast du auch keine Taktstörung mehr. Gut, und treiben. Ja, in der Mitte hast du immer noch so einen kleinen Stocker. Da musst du ein bisschen mehr nach vorne reiten. Nicht die Hände verdrehen. Gut. Und wieder so. Nicht trennen sie dranbleiben. Und. Das ist immer, wenn du in den Spiegel schaust, dann hört er auf. Nehmen wir mal die andere Diagonale. Reit mal, ganze Bahn. Ganze Bahn. Und dann von da. Das ist oft so. Das ist oft so. Vertraue mal deinem Gefühl. Und wieder durch die Bahn wechseln. Nicht so viel Abstellung da. Und vorwärts. Gut. Ja, gut. Keine Stockung mehr. Rechtes Bein. Ja, und wieder Handwechsel. Gut. Rechtes Bein. Gerade. Und fleißig. Ja, siehste. Mal nach vorne gucken, dann geht das. Einmal noch. Gut. Es bleibt am äußeren Zügel dran. Am rechten, wenn du abwendest. So. Genau. Und wieder. Sehr schön. Wieder die Trense dann ein bisschen nachfassen. Dann ganze Bahn. Und angaloppieren. Ja, gut. Aufpassen, dass er sich nicht so raufhebt. So. Oberkörper ein bisschen zurück. Schultern zurück. Prima. Das ist gut. Ellbogen bleiben am Körper. Gebeugt am Körper. Gut. Jawohl. Vorwärts. Vorwärts. Ja. Noch einmal herum. Achte auf deine Körperspannung. Die Ellbogen am Körper. Jawohl. Jawohl. Ja. Nicht so viel Kandare. Gut. Ja. Und vor der nächsten Ecke wieder zum Trab durchparieren. Aber das Pferd vor dem rechten Bein behalten. Vor der treibenden Hilfe. Ja. Rechtes Bein. Gut. Und wieder durch die Bahn wechseln. Linker Zügel. So. Gut. Hinsetzen. Jawohl. Prima. Sehr schön. Dann nochmal links angaloppieren. Oberkörper zurücknehmen. Ja. Und vorwärts reiten. Vorwärts reiten. Immer zur Hand reiten. Mit dem Sitz. Mit dem Becken. Zur Hand reiten. Ja. Den Sattel auswischen. Die Ellbogen tragen. So. So. Genau. Das Pferd folgt dir in deiner Haltung. Noch einmal T. Rab. Oberkörper zurück. Sitzen bleiben. Gut. Ja. Wollen ein bisschen die Trense nachfassen. Ja. Und dann galoppierst du noch einmal an. Bleib mal mit dem Oberkörper zurück. Ja. Ja. Besser. Dann geht immer noch so ein bisschen gegen die Hand. Noch einmal. T. Rab. Sitzen bleiben. Rechter Zügel. Ja. So. Einmal auf dem Zirkel. Die Hände ruhig. Nicht den Kopf links rechts ziehen. So. Ja. Rechter Zügel. So. Besser. Und noch einmal vorwärts reiten. Gut. So. Sehr gut. Prima. Wieder aufrichten. Schultern zurück. Ja. Ja. Genau. Gut. Und noch einmal T. Rab. Und dann Schritt. Sitzen. Gut. Gut. Und Scheret. Sitzen bleiben. So. Gut. Ja. Besser die Übergänge. Sehr gut. Wichtig erstmal immer am Sitz arbeiten. Am Sitz korrigieren. Sich selber auch überprüfen. Mit oder ohne Spiegel. Aber dass man wirklich darauf achtet, auch sich selber versucht zu fühlen. Was mache ich? Wo sind meine Hände? Wo sind meine Unterschenkel? Ziehe ich den Bauch ein? Habe ich meinen Kopf? Schaue ich gerade aus? All diese Sachen, dass man wirklich auch sich selber koordiniert und seine Hilfengebung koordiniert. Das kann man aber nur, wenn man weiß, wie man sitzt und was man gerade auch macht. Wenn ich dann natürlich mit hängenden Schultern und die Arme offen habe oder die Ellbogen so weggestreckt oder gerade Arme, ausgestreckte Arme sind immer ein Zeichen für eine harte Hand, weil das unnachgiebig ist. Wenn man die Arme so ausgestreckt und der Ellenbogen nicht gebeugt ist, dann ist auch das Handgelenk in der Regel nicht locker, sondern das ist dann starr und führt natürlich so auch zu einer starren Zügelführung und zu einem festen Maul, zu einer festen Anlehnung. Wenn das Ganze in der Bewegung mit Körperspannung aber locker und geschmeidig ist und ich natürlich dann auch noch weiß, was mein rechter großer Zeh und mein linker kleiner Zeh gerade macht, dann bin ich sicherlich einigermaßen gut koordiniert. Okay, dann nimmst du nochmal die Zügel auf, mal die Trense, so, ruhig, Oberkörper zurück, bisschen, ja, genau, gut. Eine gute, ruhige Schenkellage und da war wieder der Spiegel, mal schnell. Ist ja auch gut so, dass man das überprüft, aber häufig ist das so, dass wirklich viele immer auf den Spiegel zureiten und in dem Moment, wenn ich jetzt wirklich was übe, ich muss natürlich auch mal sehen, ob ein fliegender Wechsel durchgesprungen ist, aber häufig ist das so, dass man in dem Moment, wo man in den Spiegel schaut, nicht mehr aufs Gefühl konzentriert ist. Also mal sowohl das eine als auch das andere, mal überprüfen, aber sich nicht immer darauf verlassen und nicht ständig in den Spiegel schauen. Okay, nochmal ein bisschen aufnehmen und dann galoppierst du mal links an. So, Oberkörper zurück, bleib am rechten Zügel dran und nicht aufstehen dabei, ne? Er galoppiert an, nicht du. Nochmal, zum Schritt durchparieren. Sitzen bleiben, sitzen bleiben, nicht aufstehen. So, kleine Parade am rechten Zügel, am äußeren, sitzt so, genau, genau, richtig so. So, gut und die Ecke, ein bisschen in den Ecken, das Pferd ein bisschen am äußeren Zügel behalten, nicht so über den inneren Zügel drehen. Durch die ganze Bahn wechseln und im Außengalopp bleiben. Jetzt auch die Ellbogen so ein klein bisschen mehr beugen und galoppieren, galoppieren. Danke, ja, sitzen bleiben, Ellbogen am Körper, gebeugt, jawohl, jawohl, ja, gut, 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 galoppieren lassen, weich mit der Hand, weich mit der Hand, bisschen, ja, rauslassen die Bewegung. Gut, sitzen bleiben, ja, dann der nächsten langen Seite mal ein fliegender Wechsel, sitzen bleiben, ja. Nach vorne, prima, gut, jetzt wieder den inneren Zügel, die Trense ein bisschen nachfassen und die Hände aufrecht über dem Widerriss, deine Hände aufrecht, dass du die Hände nicht so einrollst. Die Hände, die Daumen sind oben, Daumen, dachförmig heißt das so schön und die Ellbogen am Körper. Klein bisschen vorwärts reiten an der langen Seite, galopp, galopp reiten, den Sattel auswischen. Ja, so, genau, nochmal durch die Bahn wechseln, wieder im Außengalopp bleiben, ja, gut, leer, richte dich auf, schau dahin, wo du hin willst. Ja, genau, sitzen bleiben, sitzen bleiben, gut, ja, gut, jawohl, jawohl, so und den Galoppsprung fühlen und den Galoppsprung nach vorne durchreiten. So, genau, gut, gut, so, jetzt kriegst du auch eine bessere Anlehnung, sitzen bleiben, Körperspannung behalten, gut, und wieder ein bisschen vorwärts und fliegender Wechsel. Oberkörper zurück, prima, sehr schön, ganz sicher, wieder die Ellbogen gebeugt, ja, gut, ja, und jetzt gehst du mal da so aus der Ecke kehrt, aber mit dem äußeren Zügel und das äußere Hinterbein bei dir behalten. Oberkörper zurück, sitzen bleiben, sitzen bleiben, richte dich auf, so, so, jawohl, jawohl, so, gut, so, ja, ja, versammelter Galopp, gut, ja, richtig. Und durchtreiben, durchtreiben, Oberkörper zurück, prima, sehr gut, und wieder fliegender Wechsel und dann wieder aus der Ecke kehrt, ja, gut, ein bisschen nachfassen rechts die Trense, Ellbogen dran, ja, gut, Oberkörper zurück, nicht schon vorher in die Kurve legen, ne, ist nicht wie auf dem Motorrad, gut, Kreuz anspannen, den Bauch raus und Galopp reiten, Galopp reiten, so, so, jawohl, ja, jetzt fängt auch die Hinterhand ein bisschen an zu arbeiten, gut, und wieder fliegender Wechsel, prima, sehr gut, an der nächsten langen Seite einmal zulegen, aber bleib sitzen, Ellbogen gebeugt, Hände über dem Widerriss, ja, ja, da die Hände, über dem Widerriss, über diesem Sattelfell, nicht so runterdrücken, die Hände, jawohl, nochmal, ja, auch mit Äppeln, ja, gut, ja, fast, ja, jetzt macht nichts, kann man ja verstehen. Das ist auch immer schön, gewöhnen die sich an, wenn man abäppeln will, nee, so nicht, so nicht angaloppieren, so, erst durchs Genick, Trense, Hände, nee, 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 halt, 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 stopp, warte mal, nicht hier, du willst denen ja nicht kraulen da, ne, die Hände über dem Widerriss, so, die Trense, und nicht den Kopf so rechts, links, halt den mal gerade, den Kopf gerade, so, so, richte dich auf, die Schultern zurück, zurück, so, die Hände ein bisschen zurück, über dem Sattelfell, wenn du die höher nimmst, kannst du die auch zurücknehmen, wenn die zu tief sind, ist das, ist der Sattel im Weg, so, da, genau, so, genau, Oberkörper zurück, kleine Parade am rechten Zügel und angaloppieren, Oberkörper zurück, aha, gut, dann musst du auch nicht gegen die Hand gehen, gut, so, ganze Bahn, und dann gehst du nochmal so aus der Ecke, kehrt, traversierst dann aber nach links, gerade halten, mit dem rechten Zügel, Oberkörper zurück, Hände über dem Sattelfell, und nicht so einrollen, sitzen, sitzen, ja, gut, jawohl, gut, sitzt, Oberkörper zurück, ja, ja, im Spiegel können wir auch noch schauen, der Helm ist auch noch schön, gut, ja, gut, ein bisschen vorwärts und wieder fliegender Wechsel, und sitzen bleiben, prima, wieder aus der Ecke kehrt, nach rechts traversieren, sitzen, 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 nicht vorm Pferd, gut, jawohl, jawohl, sehr gut, sehr schön, so, da die Hände, ja, guck mal, geht doch, über dem Widerriss da, so, so, und bleib sitzen, jawohl, und wieder vorwärts und fliegender Wechsel, ja, gut, machen wir nochmal, wieder aus der Ecke kehrt, nach links traversieren, Oberkörper zurück, jetzt in der Ecke, ja, aha, gut, ja, sehr gut, gut, prima, und gleich fliegender Wechsel, sitzen bleiben, gut, und gleich wieder wenden, Oberkörper zurück, 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 rechts stellen, ja, gucke mal, gut, gut, sitzen, gut, und fliegender Wechsel, sehr schön, prima, einmal ganze Bahn, gut, gut, gerade, mit dem rechten Zügel, die Hände über dem Widerriss, ja, ja, da gehören sie hin, ja, sie traut sich, hurra, gut, gehen mal durch die Bahn, wechseln, Ratzmann, drei, vierer Wechsel, hinsetzen, gut, gut, jawohl, prima, wieder die Hände über dem Widerriss, dann drei, dreier Wechsel, über dem Widerriss, Kopf hoch, ja, hinsetzen, da hinschauen, nee, da hinschauen, genau, gut, gut, machen wir nochmal, auf dem Boden ist nichts zu sehen, da ist nicht mal ein Spiegel, Hände über dem Widerriss, so, sitzen, Kopf hoch, ja, Kopf hoch, jawohl, prima, jetzt machst du auch noch einmal zweier Wechsel, Oberkörper zurück, die Hände über dem Widerriss, ja, rechter Zügel, und sitz, da, guck nach vorne, und guck nach vorne, ja, und, ja, Spitze, super, mal Zügel aus der Hand kauen lassen, ja, und dann darf der erst durchparieren, bleib sitzen, lass ihn mal lang, lass mal lang, lass die Zügel lang, nicht dran rumziehen, so, der nimmt schon den Kopf runter, Oberkörper zurück, bleib sitzen, so, Zügel lang, länger, ganz lang, so, klopf ihn mal, ja, ja, gut, guck mal, freut er sich, ja, super, sag ihm, dass du das klasse findest, wie er das gemacht hat, gut, prima, und T, rap, so, länger lassen, gut, und Schritt, kleine Pause, so, klopf ihn mal, sehr gut, sehr gut, sehr gut, gut gemacht, schön, ja, genau, wichtig, das, lobt dein Pferd, feiert dein Pferd, wenn er was gut macht, die verstehen das, die freuen sich, ja, die sind, ja, die sind auch stolz, wenn sie, wenn sie was richtig machen, wenn sie es für uns richtig machen, das ist wichtig, nicht nur immer Knöpfe drücken und, ach, war auch wieder zäh heute das Tier, von wegen, reit ihn locker, reit ihn durchlässig und freudig an ihm, sehr gut, so, und machen wir noch einmal eine kleine Trabarbeit, gut, so, erst wieder an die Hände, Körperspannung hinsetzen, erst bei dir anfangen, das Pferd folgt, genau, siehst du, nimmt schon den Kopf runter, wenn du dich richtig hinsetzt, Körperspannung, Ellbogen gebeugt, Hände über dem Sattelfell, über dem, über dem Sattelfell, ja, über, bleib sitzen, und die Wade schließen, so, genau, okay, so, wenn du so sitzt und die Hände da lässt, der folgt dir, der macht den Hals rund, nur, wenn du die Arme gerade machst und den links und rechts ziehst, das findet er jetzt nicht ganz toll, er macht es dann irgendwann auch, aber er wird nicht sich von hinten heranschließen und auch wirklich nachgeben und locker im Genick sein, sondern er wird es dann mühsam, irgendwie nimmt er zwar den Kopf runter, aber nur, weil du das Gebiss durchs Maul ziehst, so, genau, gut, so locker, gut, und nochmal antraben, gut, jetzt kannst du ein bisschen nachfassen, die Trense, musst den jetzt auch nicht immer kraulen, sondern die Hände über dem Sattelfell, über dem Widerriss, Oberkörper zurück, setz dich hin, lass dich mal, setz dich hin, setz dich so, bis er den Takt hat, so, komm, 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 so, brav, gut, genau, ein bisschen mitgehen in der Bewegung, aha, Hände über dem Widerriss, bis er gleichmäßig trabt, sitzt du locker mit Körperspannung, gut, 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 ja, also, sehr gut, dann mal Schulter herein an der langen Seite, bleib mit dem Oberkörper zurück, einfach die innere Schulter zurück, gut, gar nicht so viel seitwärts, prima, wieder aus der Ecke kehrt, nach links traversieren, Oberkörper zurück, so, möchte, dass du morgen Muskelkater in den Bauchmuskeln hast, so, jawohl, gut, gut, Körperspannung wieder, Hände über dem Widerriss, so, wieder Schulter herein, hinsetzen, hinsetzen, gut, nicht so viel Abstellung, gut, so, das ist gut, ja, das machen wir nochmal, nicht ganz so viel Abstellung nach dem Oberkörper zurück, da fällt es wieder nach vorne, ja, so, ein bisschen Anspannung noch, paar Runden noch, schaffen wir noch, ja, gut, wieder aus der Ecke kehrt, nach rechts traversieren, gut, hinsetzen, gut, gut, so, locker, jawohl, jawohl, ist doch ein super Leerpferd, wie der das macht, Oberkörper zurück, nochmal Schulter herein, dann noch einmal nach links traversieren, so, sitzen, so, genau, gut, gehen lassen, die Hände bleiben über dem Widerriss, gut, noch einmal abwenden, linkes Bein bleibt dran, gut, hinsetzen, so, gut, linke Schulter zurück, deine linke Schulter zurück, so, prima, schön der Helm, sehr gut, nochmal zulegen an der langen Seite, gut, ja, ja, prima, Oberkörper zurück, gut, und einmal durch die ganze Bahn wechseln, linker Zügel auch, so, jawohl, Körperspannung, sehr schön, prima, ja, gut, gut, ruhig sitzen, ruhig, ganze Bahn, dann kommst du einmal auf die Mittellinie und in der Mitte halten. Gut, so, geradeaus, gut, jawohl, so, setz dich hin, links, ja, brav, gut, gut, sehr gut, prima, danke schön, Lea, sehr gut, gut gemacht, okay, dieses Pferd ist neun Jahre alt, geht langsam Richtung Grand Prix, ja, gut, ganz anderer Typ, schönes, geschlossenes Pferd, aktives Hinterbein, sehr schön im Takt, ja, gut, gut, ja, sehr gut, immer schön gleich, nicht zu viel Stellung, ein bisschen am äußeren Zügel, innen weich werden, so, gut, ja, gut, also eher etwas mehr Biegung, aber weniger Stellung im Genick, ein bisschen mehr Rippenbiegung, dann, ja, sehr schön, gut, ja, es wird immer gut im Takt, schön gleichmäßig, gut, jawohl, sehr gut, so ein bisschen mehr die Trense nehmen vielleicht, ein bisschen weniger Kandare, ja, aufnehmen, gut, so, gut, weit nochmal Schulter herein, rechts, paar Meter, sodass du diese Rippe da ein bisschen, dann nochmal traversieren, jetzt haben wir natürlich nicht viel Platz, also etwas mehr Rippenbiegung, so, genau, gut, und so traversieren dann, mit ein bisschen mehr inneres Bein, ja, 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 genau, gut, nochmal rechte Hand, paar Meter Schulter herein, ein bisschen aufnehmen, so, jetzt traversieren, das Genick ein bisschen oben und nach oben hin öffnen, ja, es sind jetzt viele Sachen gleichzeitig, aber gut, Berufsreiter kann das, ja, da, genau, da, so, dahin, ja, da, da muss der durchs Genick, genau, richtig, gut, so, 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 so der Hals, jawohl, sehr gut, mach es noch einmal nach rechts und dann machen wir es noch einmal links, ja, oben und dann vorlassen, genau, ja, gut, gut, ja, das ist gut, das ist wirklich gut. Na, man muss den Pferden gelegentlich auch zeigen, dass wir das Genick alleine tragen können, der hat ein sehr gutes Hinterbein, das heißt, das Pferd hat auch gute Tragkraft, der tritt immer unter den Schwerpunkt und du musst den, du musst den dann nicht tragen, ne, sicher braucht der noch Kraft, der ist ja noch nicht alt, aber ab und zu mal auch nach oben hin, das Genick ein bisschen öffnen, genau, so über den Sitz, genau, so, das ist ja gleich einen halben Meter größer, gut, hat er mehr Ausdruck und auch mehr Präsenz, wenn er etwas besser noch in Selbsthaltung kommt, und das musst du ihm nicht abnehmen, das halten, das kann er auch selber machen, Kopf ist angewachsen, gut, nochmal, Parade und die Hand öffnen, gut, so, jawohl, jawohl, gut, ich würde mal einmal ein paar Tritte zulegen, aufnehmen und dann auch ihn von hinten da ran schließen, das Genick nach oben hin, dann ein bisschen öffnen, gut, aufnehmen, so, genau, dann, genau, da zum Loslassen, komm, ruhig, so, mit Parade nochmal, Parade, ja, zulegen, nach vorne, brav, brav, ist gut, ist gut, ist gut, kleines Missverständnis, das macht nichts, ja, mit der Trense, gut, so, aha, ja, genau, aufnehmen, nach oben hin ran schließen und dann vorlassen, ja, gut, gut ist das, nochmal, ja, so, ja, genau, das ist gut, gut, und wieder aufnehmen, aufnehmen, jawohl, gut, prima, ja, richtig, so, da, genau, sehr gut, ja, gut, so gefällt mir das Genick besser, ja, das ist besser, aha, gut, wieder zurücknehmen, nicht laufen lassen, wieder aufnehmen und zum Loslassen kommen, genau, sehr gut, einmal noch, jawohl, so, ja, gut, prima, okay, kleine Pause, gut, so, gut, ne, da kriegt er doch gleich ein bisschen mehr Ausdruck und auch schöner in der Oberlinie, großzügiger, gut. Gut, ja, so, dass die Nase vorkommt, das ist etwas eilig, setz dich ein bisschen mehr hin, so, genau, das entschleunigt, so, und dass du dann zum Treiben kommst und die Dritte länger werden, aber nicht eiliger. Ja, nochmal, hinsetzen, Oberkörper ein bisschen zurück, wenn der so klappert, ruhig mal mit der Trense mal ein bisschen das Genick heben und vorlassen und treiben, nochmal, bis am längeren Zügel, am längeren Zügel, so, jetzt das Genick ein bisschen heben, einmal die Ohren nach oben und treiben, ja, ja, gut, so, gut, und hinsetzen, genau, gut, so, so, brav, genau, dass er die Nase auch nicht nach vorne unten so wegsteckt und so leer wird in der Anlehnung und klappert, so, gut, noch länger den Zügel, lass die Hände dann zurück, gut, so, besser, jetzt haben wir wieder ein bisschen heben das Genick, einmal oben, nochmal, ja, und treiben, gut, so, ja, ein bisschen besser, schon mal ein Huf drüber jetzt. Okay, dann machen wir noch Galopparbeit, nicht runterdrücken, nicht runterdrücken, so, gut, ja. Galopp, 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 Galopp reiten, bergauf reiten, jawohl. Er mag vielleicht keinen Bratwurstgeruch in seiner Halle, gut, ja, wechsel auch einmal die Hand und bleib im Außengalopp, kannst auch eine Traversale reiten, egal, jawohl, gut, gut, ja, ein bisschen nach vorne, ja, so, gut. Berg auf reiten, ja, ja, gut, und dann irgendwo fliegender Wechsel, gut. Gut, ja, nochmal, Traversale rechts, auch wieder dann Außengalopp reiten, gut, so. Gut, ein bisschen aufnehmen, ja, ein bisschen mehr aufs Hinterbein bringen, gut. Gut, ja, gut, schon wieder der Pömpel da, gut, getroffen. Gut, aufnehmen, aufnehmen, nach dem Wechsel, aufpassen, dass er nicht so auf die Hand drückt. Kleine Parade, oben, ja, und das Hinterbein fleißig halten, gut, so, so, richtig. Ja, jetzt noch einmal, Traversale links. Gut, so, bergauf, bergauf reiten, gut. Gut, ja, ein bisschen mehr Hinterhand zum Schluss, sonst gut, Genick ist besser. Ja, gut, wieder fliegender Wechsel, so, ja, ja, gut, genau. Genau, das war mit mehr Ausdruck, noch einmal nach rechts. Ja, aufnehmen, aufnehmen, Hinterhand mitnehmen, so, ja. Ja, gut, gut, ja, dann kannst du gleich weiter reiten in den fliegenden Wechsel. Gut, gut, der kriegt schöne Wechsel, er kann das nur noch nicht so lange im Berg aufhalten, aber der springt sehr schöne Wechsel, auch schöne mit viel Schulterfreiheit. Ja, gut, dann gehen wir mal durch die Bahn wechseln, reiten wir einen Dreierwechsel. Ja, oben, gut, gut, jawohl, sehr schön. Ach ja, noch ein Geschenk, gibt es auch noch. Ja, nochmal Zweierwechsel, Genick oben, aufnehmen, gut, so. Jawohl, sehr gut, auch schön gerade, dann mal ein paar Einerwechsel, ein bisschen versammeln vorher. Ja. Ja, prima, sehr gut, sehr gut. Gut, einmal ganze Bahn, gut. Ja, schön durchlässig und leicht ausgelöst, so, genau, so das Genick. Jetzt fängt er an, das Genick wirklich zu tragen. Das ist schön. Dann machen wir mal ein bisschen Pirouettenarbeit. Ja, gut. 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 Rechts stellen, rechts stellen, nicht zu sehr im Travers sitzen bleiben. Ja, gut. Oberkörper zurück. Ja, das wird zu klein. Das war, ja, ein bisschen mehr die Biegung und den Galoppsprung erhalten. Gar nicht so klein reiten wollen, die Biegung. So, rechtes Bein, rechtes Bein, rechtes Bein, rechtes Bein, so. So, jawohl, rechtes Bein, rechtes Bein, Oberkörper zurück. Jawohl, rechtes Bein, recht, oh, einmal durchparieren. So, rechts stellen, da bleiben, ruhig da bleiben. Zirkel, ja, so, so, gut, sitzen. Nicht zu viel mit dem äußeren Bein. Nochmal, wieder verkleinern. Oberkörper, sitzen bleiben, so. Rechtes Bein, rechts stellen, rechtes Bein. Ja, ja, sitzen, sitzen, sitzen. Gut, 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 ja, ne, da drängt immer nach innen. Schön gebogen halten, ruhig noch einmal. Nochmal. Versammeln, ein bisschen mehr versammeln. So, gut. Ja, so gebogen halten. Ja, gut. Hinsetzen, hinsetzen. Sitzen bleiben, sitzen bleiben. So, 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 ja. Sitzen bleiben, gut, gut. Und wieder raus, prima, prima, besser, gut. Dann ist er auch nicht hinten gleichzeitig, ne? Man muss ja die Beine auseinander kriegen hinten. Nochmal durch die Bahn wechseln, machen wir es einmal links. Gut. Ja, gut. Gut. So, sitzen, 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 ein bisschen da mehr am äußeren Zügel dranbleiben. Am rechten, durchs Genick, durchs Genick. Am rechten Zügel, Parade rechts. Ja, rechtes Bein. Gut, gut. Und wieder rausreiten, nicht zu lange. Nicht zu lange. Noch einmal. Auch da, sowohl rechts wie links. Mehr mit dem rechten Zügel und rechten Bein arbeiten. Weil links stellt er sich von alleine ein bisschen mehr. So, und Parade rechts. Oberkörper zurück. Parade rechts. So, so, ja, das. So, gut, gut. Oh, langsam. Ja, gut. Noch einmal, wieder rausreiten und noch einmal. Ja, gut, jetzt haben wir es gleich. Gut. Das war richtig. Mal einmal wieder ein bisschen freigaloppieren. Bisschen die Zügel nachfassen. Nicht so viel Stellung links. Man muss ein bisschen länger auf dem rechten Hinterbein bleiben. Ja, auf dem rechten. Ja. Sitzen. Sitzen. Oberkörper zurück. Ja. Rechter Zügel, rechtes Bein. Ja. 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 Jawohl. Ja, besser. Besser. Prima. Dass er da das Warten lernt. Gut. Okay. Kleine Pause. Einmal Schritt. Ist ja auch warm. Gut. Was auch hilft, wenn man für die Pirouettenarbeit ist, immer mal wieder durchparieren. Und dann auch auf dem Zirkel dieser Arbeitspirouette mal halten oder kurz Schritt und wieder angaloppieren in dieser Haltung. Weil die Pirouette ist ja letztendlich wie jeder Galoppsprung wie ein neues Angaloppieren. Da fehlt ihm noch ein bisschen die Kraft, das auszubalancieren, aber da sind gute Galoppsprünge dabei. So, ist gut. Ja, gut. Das ist besser jetzt. Ja. Gut. Machen wir noch einmal Trab und du sagtest, ein paar halbe Dritte könnten wir probieren. Schauen wir mal. Ja, schön so das Genick. Das ist gut. Sehr schön. Gut. Ja, gut. Bitte. Ja, wie er es kann, wie es am leichtesten ist für ihn. Gut. Ja, gut. Gut. Prima. Gut. Gut. So, und nochmal an der Bande. Gerade. Ja, brav. Gut. Ja. Bisschen die Gerte oben auf die Gruppe da mal ein bisschen. Ja. Ja. Prima. Brav. Gut. Super. Prima. Und Trab. Sehr schön. Sehr schön. Einmal andere Hand. Sehr gut. Ja. Das ist gutes Traben jetzt. Gut. Gut. Jawohl. Nochmal vorlassen ein bisschen. Ja, schön. Gut. Ja, sehr schön elastisch der Trab. Sehr gut. Ja, nochmal zum Schritt. Gut. Oho. Ja. Gut. Gut. Ja. Nochmal halbe Tritte. Ein bisschen die Gerte oben drauf. Bisschen oben. Ja. Ja. Und wieder antraben. Gut. Prima. Sehr schön. Und nochmal an der langen Seite. Ja. Gut. Jawohl. Jawohl. Gut. Lass dich nicht aus dem Sattel lupfen. So. Oben drauf. Ruhig. Ruhig. Ja. 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 Super. Sehr gut. Prima. Sehr gut. Da reagiert er. Sehr gut. Einmal noch. Gut. So. Oben drauf. Auf die Gruppe. So in die Mitte am besten. Richtig oben Richtung Schweif. Ja. Ja. Bleib sitzen. Oben Richtung Schweifrübe. Ja. 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 Gut. Brav ist das. Nochmal antraben. Gut. Geradeaus. Ohne Übergang. Dann noch einmal an der Bande da. An der gegenüberliegenden Seite. Sehr schön. Gut. Ja. Da. Genau. So. Da. Gar nicht so doll. Brauchst nur drankommen. Er reagiert ja super. So. Sitz. Sitz. Locker. Vorne locker. Ja. 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 Oben drauf. Ja. Ja. Brav. Gut. 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 Ja. Spitze. Gut. Prima. Und leicht draben. Sehr gut. Sehr gut. Mit den guten Tritten soll man aufhören. Nicht, bis sie wieder schlechter werden. Sehr gut. Prima. Ah. Jetzt freut er sich. Das ist er. Stolz. Der Kleine. Das ist gut so. Ja, genau. Zaghaft anfangen. Gut. Kannst auch im Leichtraben machen. Da ein bisschen zurücknehmen. Gut. Sehr schön. Ja. Gut. Zufriedenes Pferd. Das ist gut. Und wir sind auch zufrieden. Schön. Danke, Bernd. Klasse. Gut gemacht. Danke euch allen. Ja. 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 Ja.